Nach dem langen Advent haben wir das Weihnachtsfest gefeiert und ich wünsche euch von Herzen auch ein frohes Weihnachtsfest. Die Freude ist am Ende ein kleinerer gewesen, auch während der Adventszeit, in der Unsicherheit, in der schwierigen, herausfordernden Zeit von der Pandemie, in der wir uns immer wieder neu orientieren und umstellen müssen. Das Weihnachtsfest hat aber hier eine ganz wichtige Botschaft, nämlich dass der Mensch immer für den Mensch da ist und Gott selber Mensch wird, um uns seine Nähe zu zeigen. Ich darf immer wieder staunen, wie die Botschaft der Weihnacht uns Menschen berührt, uns Menschen bewegt, auch in der heutigen Zeit. Ich darf als Bischof immer wieder schön erleben. Und zwar, also ein schönes Erlebnis ist eine Firmung, in der am Schluss der Firmung wir Firmandinnen und Firmanden ihre Firmenbiblen überreicht haben. Das heisst, jedes hat einen Teil der Bibel selbst abgeschrieben, den ganz verschiedenen Schriften, den ganz verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten, die jeder hat. Zum Teil künstlerisch, zum Teil sehr einfach und mitten ist die Weihnachtsbotschaft. Es ist also ein Weg dahin, aber die Weihnachtsbotschaft wird weitergehen in unsere Zeit. Um das festzuhalten in unserer Zeit, sind mir drei Worte ganz besonders wichtig. Das eine ist Freundlichkeit. Wir sind Freunde miteinander, als Menschen. Das ist Botschaft Gottes, dadurch, dass er selber Mensch geworden ist, durch die menschliche Beziehung möchte er bei uns erfahren werden. An zweitens ist Wohlwollen, dass wir miteinander das Gute wollen. Dass wir nicht mit Gehässigkeit oder Unversöhnlichkeit miteinander verbunden sind, sondern dass wir wirklich immer wieder miteinander suchen. Wie können wir auch in der ganzen Verschiedenheit und in den Meinungen, die da sind, miteinander einen guten Weg gehen und immer wieder zusammenkommen und an einer Lösung suchen. Und das Dritte ist dann die Solidarität. Das heisst auch, dass ich vielleicht auf etwas einmal verzichten muss, das mir etwas wehtut, aber zugunsten der anderen. Und das Zusammendenken, das braucht man sowohl in der Familie, sowohl in unserem Freundeskreis, aber ganz besonders auch in einer Gesellschaft, in der wir leben dürfen und miteinander gestalten dürfen. In diesem Sinne möchte ich allen danken, die in den vergangenen Wochen vor allem auch wieder in der Herausforderung von Menschen, die sich immer wieder umstellen mussten, sich eingesetzt haben, ganz besonders denen, die sich auch um die Kranken und die Betagten angenommen haben, die uns Angst genommen haben, die aber auch in der Angst Verständnis hatten füreinander und wo wir uns nicht mit Respekt begegnen dürfen. Das ist Weihnachten in unserer heutigen Zeit. In diesem Sinne wünsche ich uns allen von Herzen das, was die Firmandinnen als Untertitel hier geschrieben haben, die uns wie eine Botschaft ist. Es steht hier in Englisch, ich sage es auf Deutsch, wenn du auch durch Wasser gehst und wenn du schwierige Zeiten gehst, sagt Gott zu uns, ich bin bei euch, ich bin für euch da, ich gehe mit euch. Und in dem Sinne wünsche ich uns, dass uns das Freude schenkt, dass Gott Mensch geworden ist, dass er mit uns auf dem Weg ist und dass er unsere Hoffnung geschenkt, auf eine Zeit, wo wieder das Heil da ist, wo wir uns freuen dürfen, wo wir uns aber auch gegenseitig brauchen. Ganz von Herzen frohe, schöne Weihnachten. GelegenEEP Ja. Ja. Ärger. Ja. 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 Schropp. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020